Was passiert, wenn man bei einer 150.000 Einwohner Stadt den Nahverkehr entfernt? Also wir haben knapp 150.000 Einwohner und der Verkehrsfluss ist bei 85%. Wir entfernen jetzt erstmal alle Buslinien, dann Straßenbahnlinien, U-Bahnlinien, damit fahren die meisten. Ich kann im Hintergrund schon sehen, die finden das nicht so gut. Zuglinien, ein paar Fährlinien, eine Hubschrauberlinie haben wir auch noch und Monorails. Jetzt ist der komplette öffentliche Nahverkehr entfernt. Und wir gucken, was passiert. Das Ding ist, alle, die vorher mit einem öffentlichen Nahverkehrsmittel gefahren sind, müssen jetzt auf dem Auto zurückgreifen. Nach knapp 10 Minuten kann man sagen, wir haben immer noch 81% Verkehrsfluss. Also das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich meine, hier und da haben wir natürlich ein bisschen Stau, aber ansonsten läuft der Verkehr trotzdem noch weiter. Dafür gibt es aber nur eine logische Erklärung. Ich habe die Stadt so gut gebaut, dass die auch ohne öffentliche Verkehrsmittel auskommt. Ach ja.